Wer ist so dreist und entweiht dies alte Land? Wer weckt den Zorn von Cenarius und den Nachtelfen? Der Wald erwacht zum Leben. Wir werden angegriffen. Möge der Kampf beginnen. Ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Ich denke drüber nach. Es gibt hier nur einen Übergang, glaube ich. Unsere Stadt wird angegriffen. Bereit zur Arbeit. Ich kann nicht mehr warten. Ihre Zahl ist zu groß. Wir müssen uns auf die andere Seite des Flosses zurückziehen. Unsere Stadt wird angegriffen. Bereit zur Arbeit. So, wir machen das. Wo kann ich die Katapulten bauen? Wo ist denn hier? Wichshäuptling? Stopp. Wir müssen uns beeilen jetzt mit dem... Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Ich würde euch das sagen, wie der abzieht. Wie der abgeht. Der Wichser. Unsere Stadt wird angegriffen. Ihr braucht meine Hilfe? Wie kann ich helfen? Unsere Stadt wird angegriffen. Endlich. Richtig, hier muss ich hin. Ihr macht elende Dämonenbrut. Ihr werdet alle sterben. Kriegshäuptling? Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Wonach sind ihr euch? Ich höre den Ruf. Ihr braucht meine Hilfe? Was ihr wolle. Aber gern. Arbeit, Arbeit. Ich kann nicht mehr warten. Unsere Stadt wird angegriffen. Boah, komm, mach hin. Vorschung abgeschlossen. Wie kann ich dealig sein? Wir werden angegriffen. Die Stasis fallen, also nicht Stasi fallen. Die sorgen dafür, dass Einheiten, die passieren, die die Falle auslösen, werden dann betäubt. Endlich. Vorschung abgeschlossen. Kriegshäuptling? Wie ihr meint. Unsere Stadt wird angegriffen. Kann ich euch helfen? Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Lauf, 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 lauf. Ich renne jetzt einfach schon hin zu dem Brunnen. Ich hoffe, der ist hier irgendwo. Wie ihr meint. So, wenn er sich jetzt hier niedergelassen hat. Geht er jetzt auf? Ja. Dann fängt er jetzt an, den Wald zu regenerieren. Und jetzt beginnt gleich der Angriff. Ja. Ja. Hol an, meine Krieger. Jagd diese Bestien aus der Wildnis. Ich wache im Wald über euch. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt. Da, zack. Braucht ihr was? Was? Marsch! Ja, Häuptling. Wir werden angegriffen. Wen soll ich töten? Komm, mach. Hinne. Verschlingen hier was. So, es gibt mir Zeit. Ja, bringt's, Häuptling. Wir werden schon wieder angegriffen. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr warten. Hm? Wie ihr meint. Endlich. Wie ihr meint. Verdammt, das Portal ist nicht aktiv. Ach, scheiße. Scheiße. Was ihr wollt. Figs, Häuptling. Wie ihr meint. Bereits im Ausritt. Hm. Sagt das Zauberball. Figs, Häuptling. Ich kann nicht mehr. Braucht ihr was? Hm. 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 Der muss erst mal wegbleiben. Nicht mehr. So, dann komm mal ran. Hm. Hm. Boah, älten Vater, ey. Tricks, Häuptling. Braucht ihr was? Hier. Tricks, Häuptling. Endlich. Niemand darf überleben. Sagt das Zauberball. Ich kann nicht mehr warten. Hm. Tricks, Häuptling. Ja, Häuptling. Boah. 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 Bereits im Ausweg, Häuptling? Wir haben angegötten. Hm. Tricks, Häuptling? Hellscream. Ich spüre eine dunkle Macht aus dieser Wildnis kommen. Das könnte Szenarios Untergang besiegeln. Ich kann nicht mehr. So, jetzt haben wir's. Hm? 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 Ah, ha, 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 ha. Bereits im Ausweg, äh, ha, ha. Ja, das ist auch mehr Gold. Aber wir wissen ja nicht, dass das Szenario ist. Ist ja so heiß. Oh Gott, der macht sich schon fertig. Wie ihr meint. Kriegshäuptling? Oh, ich denke drüber nach. Ja, alles klar, ich kann nicht mehr warten. Es muss jetzt schnell gehen. Verdammt, wo geht's denn zu diesem verdammten Brunnen? Ja, ja, ist klar, Junge, ist klar. Ach, fuck. Boah! Unser Held ist tot. Wichser. Wo ist denn das in dieser scheiß Brunnen? Tja. Ich muss hier, glaube ich, sowieso nochmal starten. Abgeschlossen. Da hält der still. Der hält auch noch still. Und der sammelt sich schon. Wie ich höre den Ruf. Wunder sind wir. Den ersten Eingriff muss man überstehen, irgendwie. Okay, der Graf-Anderschaft werde ich nicht schaffen. Start die Mission nochmal neu. Das ist doch zum Kotzen, ist das. So, fangen direkt an, hier, ähm, das Katapult zu bauen. Und wir bauen über die Mediziner einmal raus. Er geht mir eben nur um, die Wölfe töten. Ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Wie ihr meint. Kommt, ihr kleinen Wölfe. So. Wie ihr meint. Ihre Zahl ist zu groß. Wir müssen uns auf die andere Seite des Flusses zurückziehen. Was dir wohl, aber gern. Die Pions ziehe ich auch ab. Wo es was getan werden? Unsere Stadt wird angegriffen. Das kann ich. Lauf mal los. Das wird zur Erkundung. Das kann ich. Alles klar. Arbeit, Arbeit. Unsere Stausche hat angegeschlossen. Mhm. Wie kann ich dienlich sein? Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Tja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber gern. Das kann ich. Unsere Stadt wird angegriffen. Wo war denn dieser blöde Brunnen jetzt? Halbgott. Halbgott. Wo ist der Brunnen? Wo ist der Brunnen? Also auf jeden Fall über das Portal geht es offenbar nicht. Also hier gibt es ja sonst keinen Weg mehr. Aber ich habe den Gras noch ganz geschlossen. Gut. Hier baue ich jetzt erst noch zwei weitere Wachtöne hin. Und dann mache ich jetzt den Schnitt. Schmidt. Schnitzel. Gott,